Was ist die Büroräume? Insgesamt ganz hervorragend. Also man sieht jetzt nur die untere Etage. Ich bin mal gespannt, wie das weiter oben aussieht, sprich die Büroräume, wo gearbeitet wird sozusagen. Aber insgesamt einen sehr positiven, guten Eindruck. Und bestärkt einen, dass man bei berüchtigen Verlagen ist. Ja, aus der Vergangenheit resultierend. Man hat viel zu viele Fehler gemacht, auf sich allein gestellt, selbst recherchiert. Und hier bekommt man ja nicht die Entscheidung abgenommen, die trage ich nach wie vor. Aber die Vorauswahl ist eben das Wichtige, dass da selektiert wird und meine Entscheidung dann entsprechend ausrichten kann. Und das ist ein Segen, das muss ich sagen. Bis zum heutigen Mittag, ja. Und ich hoffe, dass der Nachmittag nicht schlechter wird. Ich würde sagen, der Kollege von der Stuttgarter Börse. Weil das ein Feld war, wo ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Und da wurden eben jetzt einige Dinge aufgezeigt, die ziemlich klar jetzt waren. Wie das Handeln als solches, wie man das absichern kann. Zum Beispiel durch die Limitsetzungen, alles was da dazugehört. Das war mir also nicht so gegenwärtig. Also das hat mir geholfen. Und das werde ich auch beachten und berücksichtigen. Aber es reicht nicht so gegenwärtig. Und, intolerho 가져 nur noch vieles angehört,